Letzte Chance vor der Sommerpause. In der Bundespressekonferenz in Berlin hat sich Kanzlerin Angela Merkel den Fragen der Journalisten gestellt. Die nahende Feriensaison animierte einen der Pressevertreter zu einer hochhypothetischen Frage. Wenn Sie sich aussuchen könnten, wen würden Sie denn mit in den Urlaub nehmen? Herr Trump, Herr Putin oder Herr Seehofer? Die Frage für meinen Urlaub stellt sich für mich nicht. Urlaub ist Urlaub. Dann ist die Frage noch einmal zu Horst Seehofer. Da kann ich nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Es war eine harte Auseinandersetzung. Wir haben einen Kompromiss gefunden, der die Handlungsfähigkeit der Regierung sicherstellt. Und das ist das, was für mich entscheidet. So zurückgeholt auf dem Boden der Realpolitik stellten die anwesenden Journalisten eine Fülle von Fragen verschiedenster Themengebiete. So auch zum Ausgang des NSU-Prozesses in München. Es bleibt die Frage im Raum und die kann man ja im Grunde nur dadurch beantworten, dass so etwas nicht wieder passiert. Wie konnte ein so komplexes, schreckliches Vorgehen möglich sein, ohne dass die zuständigen Behörden es zwischenzeitlich gemerkt haben, längst aufgeklärt hatten? Und dann kam doch noch einmal die Sprache auf Donald Trump. Der hatte kürzlich den NATO-Bündnisfall kritisiert, also das Prinzip, nachdem ein Mitgliedstaat einen anderen im Fall eines Angriffes von außen verteidigt. Außerdem hatte er das Mitglied Montenegro als Land mit aggressiven Menschen bezeichnet und die Frage aufgeworfen, warum dieses im Ernstfall überhaupt verteidigt werden sollte. Also in Artikel 5, die Beistandspflicht, ist ein zentrales Element der NATO. Und nach meiner Ausfassung gilt dieser Artikel 5 für alle Mitgliedstaaten der NATO, nicht nur für große oder für kleine oder für einige. Montenegro hat sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um Mitglied der NATO zu sein. Außenpolitisch wurde es auch in puncto Israel. Dort legt ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz fest, dass Israel das historische Heimatland der jüdischen Bevölkerung ist und sie das exklusive Recht auf eine nationale Selbstbestimmung hat. Ich möchte mich in die inneren Angelegenheiten Israels natürlich nicht einmischen, verfolge die Diskussion natürlich sehr aufmerksam. Ich glaube, dass oder ich bin der festen Überzeugung, dass es das Recht der Existenz für einen jüdischen, demokratischen Staat gibt. Im Übrigen zusammen mit einem lebensfähigen palästinensischen Staat, woran wir leider immer noch arbeiten und wenig Fortschritte sehen. Mit der Sommerpressekonferenz verabschiedet sich die Bundeskanzlerin traditionell in die Ferien.